Geh war immer unser Freund. Als wir Kinder waren, hat uns Geh immer geholfen. Ich erinnere mich, wie Geh die alte Else geärgert hatte, weil sie uns immer angeschrien hat. Irgendwann hat das dann aufgehört, als Geh sie genug geärgert hatte. Anfangs hat Geh einfach ihre Blumen kaputt gemacht und als das nicht geholfen hat, eben mehr. Auch den dicken Rolf, der immer bei unseren Eltern geklingelt hat, wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben, hat Geh ruhiggestellt. Ich hatte immer gedacht, dass Geh die Leute einfach überzeugt hatte und nicht weiter darüber nachgedacht. Irgendwann habe ich erfahren, dass die Leute alle auf dieselbe Weise gestorben sind. Heute habe ich meinem Sohn verboten, länger wach zu bleiben und er schrie mich an, dass er das Z sagen würde. Ich weiß nicht, wer Z ist, aber mein Sohn kann erst einmal so lange wach bleiben, wie er will. Hoffentlich verzeiht er mir. Ich weiß nicht, wer Z ist, aber ich weiß nicht, wer Z ist, aber ich weiß nicht, wer Z ist. Ich weiß nicht, wer Z ist, aber ich weiß nicht, wer Z ist, aber ich weiß nicht, wer Z ist.